Hallo, ich bin Julia von Indonature und heute möchte ich dir unsere Hyaluronsäure-Kapseln vorstellen. Doch bevor ich zu unserem Produkt komme, möchte ich dir einmal erklären, wozu Hyaluronsäure überhaupt gut ist. Und Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil unseres Körpers, vor allem in unserer Haut, in unseren Gelenken und sogar in unseren Augen. Und Hyaluronsäure hat die Fähigkeit, große Mengen Feuchtigkeit an sich zu binden und ist eben auch ein Hauptbestandteil der Hautzellen zwischen unserem Bindegewebe. Und ja, was das Besondere an unseren Kapseln ist, dass sie eben auf natürlicher Basis entstanden sind. Die Hyaluronsäure kommt aus fermentiertem Mais und du bekommst mit einer Kapsel 500 Milligramm. Und der Verzehr ist auch ganz einfach. Wir empfehlen hier eine Kapsel täglich. Und diese nimmst du einmal mit ausreichend Wasser zu dir. So, und dann bist du optimal mit Hyaluronsäure versorgt. Ja, nicht nur äußerlich kann man Hyaluronsäure gut anwenden. Es ist ja einer auch der meist erforschten Wirkstoffe aus dem Kosmetikbereich. Sondern auch die innerliche Einnahme kann sehr wertvoll sein. Und ja, falls du Fragen zu unseren Kapseln hast, dann stell uns die gerne. Und sonst sind die Kapseln, wie alle unsere Produkte, eben aus pflanzlicher Basis natürlich. Sie sind hergestellt in Deutschland. Wir sind hier vegan und PETA-zertifiziert. Und mit jedem Produkt spenden wir eine Mahlzeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern des Produktes und viel Freude bei uns im Online-Shop. Bis dann. Tschüss!